Die Menschen sind frei und sie leben in Palästen, die Straßen aus Gold und der Regen aus Champagne. Die Mädchen lächeln mit aus ihren blauen Augen, die Lieder, die sie singen, laden uns zur Freundschaft ein. Wie heißt du? Irina. André. Du musst schnell abflücken, hörst du? Du musst das vollmachen, hörst du alles vollmachen! So viel auf einen Haufen kann ich's gesund sein. Das haben die alles irgendwie geregelt. Die mischen jede Menge harte Biozeugs ins Futter, damit sie nicht krank werden. Besser versorgt als bei der Krankenkasse, echt. Aber, ähm, es auch mal machen? Ha, 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 ha! Schwester, 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 komm, komm runter, du wirst doch zu jung für diese Schmer. Du gehst doch noch in die Schule! Ich bin siebzehn! Sie ist siebzehn! Ich hab's gedacht!